Was kommt drüber, was kommt drunter, gar nicht so einfach. Noch kann Maximilianowka lachen. Die Kammeroper München bereitet ein neues Stück vor. Häuptling Abendwind vom Stamme der Großlulu. Schönen guten Tag. Die Inspiration zu den abenteuerlichen Kostümen kommt aus dem Alltag. Das ist jetzt der Kopfputz vom Häuptling Hasenzahn. Da haben wir uns ausgedacht, das ist ja eine Südseeinsel. Dann dachte ich mir, okay, dann kaschieren wir mal einfach Bananen. Das ist günstig. Auch mit wenigen Mitteln witziges Musiktheater machen, das beweist die Truppe immer wieder aufs Neue. Jetzt habe ich es gerade gehört, dass ich gelb-schwarz werde. Die Kammeroper steht auch für außergewöhnliche Stücke. Häuptling Abendwind ist eine Operette von Jacques Offenbach. Man könnte sie auch als indianische Faschingsburleske bezeichnen. Tierisch ernst ist das alles nicht zu nehmen. Diese Stücke würden am Gärtnerplatz oder in ähnlich großen Häusern überhaupt nicht funktionieren. Dafür ist der Humor viel zu schnell und zu witzig. Das schaffen die gar nicht, dafür sind sie zu groß. Deshalb bevorzugt die Kammeroper das Künstlerhaus am Lehnbachplatz. Der zweite Teil des Abends ist Franz von Souper gewidmet. Die schöne Galate ist ebenfalls eher selten auf den Spielplänen zu finden. Es ist die Geschichte einer Statue, die zum Leben erwacht. Ob Galate oder Häuptling, noch wird fleißig geprobt. Doch was wir gesehen haben, verspricht ein vergnüglicher Theaterabend zu werden. Ich habe 20.000 Bonusmeilen! 20.000 Bonusmeilen! Was sind Bonusmeilen?